Willkommen zurück zu Clustertrugs, ich bin euer Firobo und wir spielen in World 6 und drücken direkt auf Play und ich bin gespannt was hier passiert. Hey, wie passiert hier gerade noch gar nix? Ich muss jetzt hier rüberspringen. Wir fahren ja schon los, die Dreckssäcke. Ich bin aber dran gewesen. Man hat mich gegen den LKW knallen. Okay, ich musste hier ein bisschen schneller sein. Gut zu wissen. Okay, das hat zum Glück geklappt. Okay, das hat wunderbar geklappt. Nice. Okay, wir gehen weiter nach vorne. Ah, müssen wir jetzt hier rüber. Wow. Aber machbar. Ich hasse da diese komischen Jumps da, aber... Oh, okay. Oh, ich bin abgerutscht. Ist zwar eigentlich realistisch, dass man halt so nachfällt. Ja, toll. Ich stehe da genau gegen die Fastenknalle. Ja. Oh, jetzt bin ich noch in der Lücke. Äh, äh, ja. Was, 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 was denn? Das wäre ja mal... Oh, ich bin ein bisschen schnell. Ups. Äh, wupp. Äh. Äh, ich will noch einen drauf landen. Danke. Okay. Oh, das ist schade. Also, die größten... die größten Gegner ist man nicht selber in Cluster Trucks. Äh, oh, lol. Äh, sondern die LKWs natürlich. Weil die wirklich teilweise richtig random einfach nur agieren. Oh, oh, lol. Jetzt soll ich da die LKWs kriegen. Das ist mir noch nicht so ganz geläufig. Oh, 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 oh. Äh, geschnitten habe. Äh, ja, äh, passiert sowas, dass man einfach durch den LKW durchpackt, genau. Äh, deswegen, ich hatte jetzt zum Beispiel eine Folge, die war fast eine halbe Stunde lang. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die runtergeschnitten habe oder so. Das war ein ganz guter Versuch. Und ich schaffe es einfach nicht, weil ich nicht drin kommt. Äh. Huuuuh. Ich dachte nicht, dass ich das noch schaffe. Äh. Spiel. Äh. Äh. Und ich hatte mein... Warum hat ich mein Doppelboost-Inuit weg? Äh. Fuck. Damn it. Schön. Schön, dass der Everpilch-Unteil weg ist. Wow. Hahaha, man. Äh. Äh. Ach, du Kacke. Äh, ich hab mir übrigens mal die Archive-Pilze mir inzwischen mal angeguckt, ja. Oh, da war doch noch einer. Äh. Äh, es gibt wirklich nicht das Erschiedme, dass man hier alles, äh, ähm, Ace schaffen muss. Das gibt's nicht. Wahrscheinlich ist das gar nicht möglich. Oder wohl... Eigentlich müsste es ja möglich sein, denn man kann ja, ne? Aber egal. Äh. Ähm, auf jeden Fall. Es gibt das Erschiedme, dass man ohne Abilities, äh, alle E-Stabels schaffen muss. Also ohne Doppeljump, ohne Enterhaken oder sonst irgendwas. Was, äh, warum? Mal klappt dieser Sprungball nicht. Ja, jetzt hat er wieder geklappt. Uh, ja, toll. Und dann fliege ich natürlich an den LKWs vorbei. War ja irgendwie klar. Und das war dumm von mir. Äh, ich hätte gerne den... Äh, das ist mir ein Schei... Ich hätte gerne einen Scheiß-Shop. Äh, ich glaube jetzt... Kann ich hier einen Stopp? Äh. Wo habe ich diesen Schop? Ich werde eigentlich diesen Greifhaken haben, weil der Greifhaken bei dem Level, glaube ich, wir sind, äh, 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 Dingslips da. Devilsack, äh, hallo? Campaign? Habe ich hier irgendwo einen Job? Hallo? Job? Bestehung, es ist ein Job. Hier sehen wir mal die ganzen Welt, die wir bis jetzt geschafft haben. Äh, ja, gut. Ich finde das ein bisschen komisch mit dem Job, aber auch. Best try ever for you. Okay, gehen wir mal hier hin. Äh, da werde ich ausgebombst und habe meinen Doppeljob nicht mehr. Nice. Hm, ja. Ich dachte eigentlich so, ja, ich bin drauf oder nur... Nein. So. Äh, ja, schön, dass... Schön, dass so ein LKW nachkommt. Oh, hat auf jeden Fall... Spaß gemacht. Ah, dieses Level. Ja. Komm schon. Ja, ich hab's geschafft, endlich. Oh. Just in my pants. Aber wo... Kann ich, Gottverdammt... Da steht Goal. Oh, ich muss wirklich da so überspringen. Okay, nice. Da kann ich es zumindest versuchen. Außer ich schaue natürlich gegen so einen Stein, weil ich zu dem ich bin für alles in dieser Welt. Und dann... Das ist auch so, weißt du, du musst Leertaste gedrückt halten, um hochzuklettern, weißt du? Aber dann... Denkst du bis dran und dann bist du nicht dran und machst dann Doppeljob und dann fällst du auf den Boden. Warum bin ich jetzt gestorben? Abgesehen davon, dass das... Fahrt doch schneller! Geschafft. Okay. Gibt's vielleicht im Hauptmenü. Abilities. Auch da. Okay, gut. Da kann man kaufen. Ich will jetzt diesen Haken haben. Unlock. Ja. Hätte ich gerne. Danke. So. Play. Gebein. So, wir sind jetzt da. Gut. Machen sie jetzt einfach... Au. Oh, okay. Äh, scheiße. Okay, ich muss mich erstmal gewöhnen, dass ich keinen... Doppeljump mehr habe und auch muss ich auch einen LKW treffen. Ja, anscheinend Ewigkeiten... Um... Warte... Aufzuladen. Okay, neue Spielfeature halt, ne? Mit Doppeljump wieder Doppeljump machen. Scheiße. Ey, Doppeljump an sich ist eigentlich, glaube ich, echt so richtig sinnvoll. Und der... Wow. Fuck! Ich lebe... Noch. Okay, okay, okay. Fuck, kleine LKWs. Wooo. Nice. Okay, ich glaube, ich werde doch vielleicht beim Doppeljump bleiben. Jetzt kommt die Totalzerstörung oder what? What the hell? What the actual fuck going on? Und ich hab's... Oh, mein Gott. Ich will immer noch Doppeljump machen. Äh... Ich hab mir so... Oh, sch... Mann! Ich bin da so gut durchgekommen. Wow! Ich lebe noch. Nein! Ah, ich wollte mich an den... Ich wollte vielleicht das Zielen üben. Ja, Toi. Ja. Ja. Oh, okay. Jetzt hat er vielleicht doch... Den... Okay. Ähm... Main Mini. Wo ist das noch so? Gucken wir nochmal, was ist das denn hier? Truck Boost. The trucks blow the player. Oh, das ist noch mal ganz nice. Haben die vier dicken Punkte. Teleport the player. Das ist immer ein Vollerschied. Let's the player do some... Mad Flips. Okay. Ist das... Super, super, super Truck. Okay. Ist das Epic Mode. Makes the game super epic. All points are doubled while in Epic Mode. Okay. Und das? Ist das? Back... Truck... The last truck's delivered. Äh, okay. Jet... Jetpack. Können wir das Jetpack aus? Das klingt gut so nicht. Kampagne. So. Oh, okay. Äh, uh, 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 okay. Das ist... Ist ganz nice, das Jetpack. Uh. Ist ein bisschen kraftvoller als der Doppeljumper, ich soll was sagen. Äh, okay. Und bei solchen Situationen ist das super... Hilfreich, würde ich mal nicht behaupten. Oh, ich muss da jetzt da hin. Okay, das ist doch nicht so geil. Das verlangsamt einen nur beim Fallen. Nicht, das ist, äh... Äh, ich hänge irgendwie fest. Äh... Oh, schön. Äh, also das Jetpack... Äh, das ist nicht geil. Nein. Es ist ganz und gar nicht geil. Wow. Der Greifhack... Der Greifhack... Hier an der Stelle wäre, glaube ich, der Greifhack ganz nice. Okay. Ja. Kann ich mich selbst mit Jetpack nicht mehr retten. Naja, Jetpack ist nicht nice. Nein. Da finde ich den Doppeljumper viel besser. Zum Beispiel. Äh... Vor allem, obwohl ich auch, äh, aufgehört habe, zu drücken, heute ist ganz platt der Jetpack leer. Und dann passiert sowas. Nice. Okay, da ist... Es ist einfach nur, um ein bisschen weiter springen zu können, der Jetpack ganz gut und... Man kann auch von der Ecke jetzt aufprallen damit. Nice. Kann ich das eigentlich auch, wenn's... Äh, ich kann's auch, wenn's nicht, äh... Ja, nice. Weil wir auch mal jetzt gerade in die Nähe gekommen. Äh, hallo, hallo, hallo. Das ist ein... Uuuuua. Ist ja ein Loch gewesen. Irgendwann, es war doch kein Loch. Ich dachte, die... Äh, weißt du... Jetzt, wo ich aufgeklatscht bin, weißt du, fährt er los. Der will mich doch verarschen. Ah! Warum will der... Ah! Dann will er manchmal nicht... ... springen, oder? Warum prall ich einfach hinten einfach doch mal ab? Ich versteh es nicht. Was müssen wir für Arme haben? Äh... Ich bin auch drauf, ne? Okay, weißt du was. I don't give a fuck. Äh, ich will mein Enter hacken. So. Ich will es mit dem Grapplingo machen. Mann. Sack, das wird eine mega lange Folge. Und da ist ruhig mal mein Doppeljump wieder am Ende. Der hat alles hier nix... ... springen. Also der Enter hacken hat gerade super funktioniert. Habt ihr das gesehen? Ich wurde richtig nach vorne gezogen. Ups. Muss man ja mal sagen, ne? Ah, das Spiel hat echt noch ein paar Schwächen. Schön, dass ich jetzt über den LKW hinausgezogen wurde. So. Das wär mal cool gewesen. Uuuuh. Oh, das Schock mal auch so. Nice. Wenn dann irgendwie die LKW nicht mehr losfährt. Äh, so. Warte, warte, warte. Ha! Wow. Äh, Fahr... Okay, ist das Skull schon? Oh, ei, ei, ei. Endlich Level geschafft. Oi, was für ein... Äh, was zum alles... ...klar... Ah! Okay, aber... Bei den Dingern ist der Greifhaken wirklich... Also nimm... Ist das wirklich... Der Greifhaken Gold. Wert gefühlt. Warum... Warum bin ich da jetzt runtergefallen? Da war noch kein Hau-Ding oder so. Und warum halt ich jetzt in der Luft ansteppe? Äh... Oh... Oh... Nein! 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 Ah! Nein! Mann! Ah! Man sollte natürlich auch treffen. Da bräuchten wir also ein bisschen... Aim für! Dammit. Jetzt aber gut. Hier! Was... War doch nicht... Dran... Hängen. Wow. Manchmal verfluche ich mein Leben. Warum kann er nicht einfach auf dem RKW stehen bleiben? So... Und jetzt... Passiert wieder Unfall... Und ich werde natürlich weggestrückt. Ich kann... Ich sprühe natürlich nicht drüber... No, 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 no. Äh... Jo, jo, jo. So... So... Falle ich doch den RKW! Oh! Guck mal da! Ich bin sogar nicht die Map gefallen! Ah! Ah! Frustmoment dieses Spiels! Ah! Mann! Ah! Ich lebe! Nicht mehr! Nice! Ah! Ich müsste echt alles mal so... An... An... Cut... Lassen... Überleben wir jetzt... Überleben? Uuuu... Was zum Fick! Wie soll man das denn überleben? Wenn man böse voll aus dem Leben gehauen wird! Boom! Alles tot! Nice! Ah! Nein, nein, nein! Du lebst, du lebst, du lebst, du lebst! Oh! Ach, deswegen... Ah! Okay! Wow! Nein! Mann! Doll! Okay! Okay! Alles gut! Ah! Ah! Ich lebe noch irgendwie! Ich hatte gar den Doppeljump! So hat es zumindest angefühlt! Oha! Uh! Irrtime! Fahr kleiner Truck! Fahr! Dammit! Warum? Warum hat das jetzt nicht ge- Egal! Ich sagte, das wird ne lange Folge! Ach du Kacke! Oh, wenn man das überlebt und dann fällen wir das, nice Mann, die Collies, die, äh Das Spiel selber ist der größte Fight Nice, äh, nice, aber ich lebe noch Ich glaube, die Dinger reagieren auf meine Gegenwart, kann das sein? Uuuuuh Nein, Mann, da war das Ziel Ah, ich werde besser Oh, hallo, lasst du mich mal durch Oh, okay, ich darf also Decke auch nicht berühren, weil sonst bin ich auch tot, nice Gut, dass ich das weiß, jetzt Okay, ich gehe gleich, wenn es jetzt nicht klappt, probiere ich nochmal den Double Jump aus Nein, okay, ich probiere den Double Jump aus Hab ich ja wohl gesagt, so, äh, hier, Double Jump, so, Play Ah, wir müssen noch vier Level machen Boah, äh, mit Double Jump geht's auf jeden Fall noch besser Ah, ah, hat geklappt Ah, das war dumm Und ich hänge jetzt hier fest und jetzt schaffe ich es doch noch, nice Wow, okay, das ist jetzt verkackt, okay, wäre fast First Try gewesen mit Double Jump, nur weil ich jetzt an dem einen Ding hängen geblieben bin, war ein bisschen kacke, und dann sowas, wie man einfach fällt wieder durch ein LKW. Nein, er war dumm für mich geboostet, aber es läuft so doch wesentlich besser, finde ich persönlich, aber jetzt total dämlich von mir, aber egal. Ich habe Dämlichkeit ja studiert, und jetzt habe ich einfach keinen Boosten mehr gehabt, nice. Boah, das Spiel ist teilweise doch auch buggy, wie ich finde. Wenn ich mir das dann gucke, denke ich mir auch so, warum? Oh, boah, das war knapp. Gehst durch, wunderbar, auf dir lande ich eigentlich. Warum da? Schon wieder, ich bin einfach runtergefallen. Ich hatte es eigentlich geschafft gehabt. Wey. Eigentlich hätte ich auch hinter einem LKW landen müssen, aber gut. Aber wie lange machen wir jetzt diese Runde hier? Boah. Da hat mir der doppelten Fuß den Arsch gerettet, kann man so sagen. Ja, kann man so sagen. So. Ja, wie sollen wir das denn schaffen, bitteschön. WTF. Wie waren die denn jetzt gekoppelt? Schön, wie da sowas heraus sind. Rumfliegt, nice. Boah. Warum? Jedes Mal. Boah. Ja. Ich hab ja gesagt, wir machen das hier weiter. Und ja, äh... Wie ihr seht, es macht mir gerade sehr viel Spaß, dieses... Wir nennen es einfach mal Level. Oh mein Gott, ey. Was war das? Ich seh schon, ich werde allein Fließlevel 1 komplett ab der Folge wegschmeißen. Wow. Einfach nur wow, wie scheiße ich gerade bin. Warum hatte ich jetzt hier keinen Doppeljump gehabt? Es ist echt momentan sehr frustend, weil ich wirk eigentlich nur... ...aufgrund von... ...den Bugs nicht weiterkomme. Wie z.B. Ich fall ja einfach durch die Map oder ich fall durch den LKW. Ich hab mal einfach mal... Und jetzt... Komm schon, lass das... ...Ziel... ...endlich. Boah. Mein Gott, ey. So, jetzt hoffen ich das nächste Level besser. Ich hoffe es wirklich einfach mal. Äh... Oh. Achso, okay. Das... Das ist mal ne neue Idee. Äh... Ah, das muss ne Kacke für mich gerade. Voll... Ihr bleibt einfach hängen! Ach Leute, programmiert doch keine Level, die nicht funktionieren. Soll ich da hininkommen, wenn da kein LKW ist? Oh Mann! Oh Mann! Wow! Also ich dachte, diese Welt ist echt mein Todesurteil. Irgendwie... Weil... Das fuckt einfach nur ab, diese Welt. Es sind zwar coole Ideen... ...da, aber die Umsetzung ist kacke. Aber dumm von mir. Auch manche hätten aber LKW stehen bleiben sollen. Ja, und diese super Jump-Starts-Boost. Weiß ich auch nicht, wie man die hinkriegt. Und warum hängen... Wow! Wow! Es sind echt gerade so Aggressionen, die sich irgendwie aufstauen. Muss ich gestehen. Wow! Es sind äußerst schon mit jedes Mal in der Form eines Wows. Uuuuh! Okay, jetzt bin ich einfach hier drauf. Oder auch nicht, weil die... LKW ist einfach nicht weiterfahren. Was... Wie soll ich das denn schaffen, wenn die LKWs es nicht mal schaffen, da hinzukommen? Also vorher einfach umkippen. Oder explodieren. Oder hängen bleiben. So wie jetzt. Jetzt kann ich es schaffen. Endlich. Was zum... Hä? Achso, ich muss da hin. Äh... Schön, dass die ganzen LKWs da aber schon fahren. Hä? Wie soll ich das denn da schaffen bis dahin? Uuaah! Ja, wow. Und dann muss man halt auch noch perfekt treffen. Boah, das sind doch arschige... Levels. Uuaah! Oh, ne. Uuaah! Oh, ne. Oh, ne. Wow, das war... Äh, warum ist das denn hin? Du willst mich doch verarschen, da steht ein einzelner Truck, dein fucking Ernst? Oh wow, das haben wir nur geschafft. Wie soll man das denn bitte schön schaffen? Cool, dass man dann hängen bleibt und halt, wenn nichts man sieht und einfach zerquetscht wird. Es hat geklappt, diese Ironie. Es ist doch, es ist auf jeden Fall möglich, irgendwie, ja. Boah, ich war drauf. Ich finde es immer schön, wenn dieser Auftrall auf dem LKW-Sound kommt, man einfach mal durch den LKW durchfällt und dann stirbt. Jetzt kommt immer nicht der Sound. Heißt du nicht, ich bin arschig, dumm oder so. Ich hab keine Ahnung. Na komm, ja! Boah, ich dachte gar nicht, ich hab den Sprung verkackt. Boah! Wie soll ich die Levels im First Try schaffen? Was ist das so über mir? Äh, wo soll ich shinnen? Hä? Äh, wo muss ich hin? Ach da, ach du hast ein Loch drin. Da muss man einfach drauf kommen, dass da ein Loch drin ist oder nicht, dass man durchspringen sollte. Ach du Scheiße, da musst du auch noch das richtige Timing haben. Bitte, wie soll doch was ist das für ein... Ich verstehe es einfach nicht. Und dann bleibt er einfach hängen. Wie soll man diesen Sprung schaffen? Weil man muss... Man muss ja wirklich perfekt springen. Der darf das Ding nicht berühren. Wie soll er das schaffen, bitte? Wow. Das ist... Hä? Das ist so unfair. Wenn du jetzt versuchen kannst, dran vorbei zu springen... Blömer wird hin gesungen, okay. Achso, ich muss nach hinten. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh Mann. Wow, okay. Ich muss einen LKW... Ich weiß zwar, der ist der. Der weiß glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall der. So. Um... Drehen. Ah. Ah, der jagt mich sogar. Oh, ich schaff's. Alter. Alter. Wir haben's Level geschafft. Nice. Gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Oder gucken erstmal noch, was gibt's als nächstes. Sci-Fi. Okay, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao. 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 Ciao a tutti. Ciao. ciao. kangami. Ciao と cười. Senator. Vivi e start домой. Ciao- おお. Ciao. Ciao. Vielen Dank.